Hallo Freunde und Willkommen. In diesem Video geht es um den Microsoft Edge Browser, der ja immer beliebter wird. Und zwar will ich euch nur ganz kurz zeigen, woran das liegt, wenn wir mit dem Edge Browser eben unterwegs sind und ja vielleicht 98 Tabs geöffnet haben, ob wir diese dann brauchen oder nicht. Und wenn wir diesen absichtlich oder versehentlich vielleicht schließen, also den Browser hier, ja zack, schon sind sie alle weg. Kann unter Umständen ärgerlich oder sehr ärgerlich sein, bis hin zu Wutausbrüchen führen. Und nun ja, wie wir das vermeiden können, beziehungsweise wie wir die Warnung aktivieren, die neuerdings standardmäßig etwas versteckt ist irgendwie. Das will ich euch schnell zeigen. Und zwar gab es hier unter Einstellungen eine Option, die meiner Meinung nach immer sichtbar war, standardmäßig. Ja, nun wie auf immer, das scheint jetzt etwas versteckt zu sein hier, beziehungsweise muss aktiviert werden. Und dafür müssen wir auf die etwas erweiterten, beziehungsweise auf die experimentellen Einstellungen zugreifen. Das machen wir hier einfach mit, indem wir Edge Doppelpunkt Slash Slash Flex eingeben und Enter. Hier kommt noch eine Warnung, die ignorieren wir jetzt einfach und suchen hier nach irgendwas mit Closing. Genau, das ist schon unsere gesuchte Option. Ask Before Closing Multiple Tabs. Standardwert hier default. Ja, die Option fällt hier irgendwie. Das müssen wir jetzt einfach aktivieren, ja, also auf Enable setzen und im Browser hier einmal neu starten, damit es übernommen wird. Richtig zack und schon ist diese aktiviert. Und nun sollten wir jetzt hier irgendwie, genau, das ist das hier, genau. Fragen vor dem Schließen, mehrere Registrierkarten. Ja, das können wir jetzt nun hier drüber aktivieren oder deaktivieren. Ich lasse das mal aktiviert jetzt. Das war jetzt der Sinn der Sache. Und schon, zack, wenn wir jetzt den Browser schließen. Genau, poppte diese Fenster ab hier mit der Warnung und wir haben immer noch die Möglichkeit, das abzubrechen. Ja, das wird nicht einfach sofort geschlossen. Wir können da also noch vertreten, wenn wir das aus Versehen vielleicht darauf geklickt haben. Genau, das war es auch schon. Alles, was ich euch jetzt schnell zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Abonnieren nicht vergessen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.